Guten Morgen, obwohl, 9.30 Uhr, guten Morgen hat sich schon erledigt. Ja Leute, ab geht's in die Produktionsstelle von Neosabs. Ich hatte ja gestern gesagt, gestern konnte kein Blog online kommen, weil ich hierher fahren musste und so weiter und so fort. Wird auf jeden Fall heute gefilmt. Ob ich es heute schaffe hochzuladen, ich hoffe ja. Ich gebe Gas, ich schnallte das sonst irgendwie während der Fahrt mittendrin, was auch immer. Und heute gibt es ein paar Einblicke, werdet ihr alles auf YouTube sehen. In den Storys werden wir euch natürlich auch so ein paar Sachen zeigen. Und ja Leute, wir wollen uns erweitern, neue Produkte kommen, neue Geschmäcker. Und das kann eigentlich nur geil werden. Hallo? Servus, die Tür hat geklemmt. Moment, ich schaue noch mal. Geht's jetzt? Ah, perfekt. Dankeschön. Okay. Und ich vampire侵 Fourth-Undschutz. Das war's. 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 Das war's.